Also jetzt verlassen wir ein bisschen unser Konzept, aber das ist das September-Stück, was noch nicht aufgenommen ist. Das ist eigentlich auch an einem anderen Ort gedacht, an einem Weiher in Speyer. Weiher in Speyer bei Sonnenuntergang. Ohne Regen. Es gibt manchmal organisatorische Hürden zu überwinden. An welchem Weiher? In welchem Weiher? Also an diesem Privatweiher bei diesem Winzfeld, da gibt es einen wunderschönen Blick aufs Wasser bei diesem Reiterhof. Ah ja. Kennt da jemand, der würde mich auf seinen Privatplatz lassen. Nicht schlecht. Ja, verdammt. Martin kenne es auch noch nicht. Ich kenne es nicht, aber ich habe schon mal einen Weiher gesehen. Ja, du hast schon mal einen Weiher gesehen. Das ist eine letzte Frage, ne? Das war jetzt schon mal, ne? Ja, das war jetzt schon mal, ne? Ja, das war jetzt ein Weiher bei Sonnenuntergang. Gut, ob es dann stimmt. Okay. Dann hast du einen freien Abend dann. Ich bin es jetzt gut, oder? Ich habe es wohl geschafft. Nein, das ist auch gut. Ja. 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 Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018